In diesem Video lernen wir, wie Objekte miteinander kommunizieren können. Ich habe hier ein Programm mit zwei Objekten. Beide Objekte habe ich aus der Medienbibliothek heruntergeladen. Ein Objekt ist ein Alien, das andere ein Knopf. Daraus will ich eine kleine Steuerung machen. Wenn ich auf den Knopf drücke, soll sich der Alien nach oben bewegen. Das heißt, der Alien muss irgendwie wissen, dass der Knopf angetippt wurde. Anders ausgedrückt, die Objekte müssen miteinander kommunizieren. Dazu gehe ich zuerst mal zum Objektknopf und gehe hier unter Skripten. Die ersten zwei Bausteine sind nur für die Position des Knopfes zuständig. Sie platzieren den Knopf unter den Alien. Welchen Baustein brauche ich nun als nächstes? Wenn ich auf den Knopf dippe, soll etwas passieren. Als nächsten Baustein brauche ich somit den Wenn-Angetippt-Baustein. Nun muss der Knopf den Alien irgendwie mitteilen, dass er angetippt wurde. Das geht nun mit dem Baustein Verschicken alle. Die Nachricht, die verschickt wird, muss allerdings noch definiert werden. Deswegen drücke ich hier auf Nachricht 1 und dann auf Neu. Die Nachricht meines Knopfes soll lauten, gehe nach oben. Diese Nachricht wird nun an alle Objekte geschickt, sobald natürlich der Knopf angetippt wurde. Nun muss ich allerdings noch zum Alien gehen und ihm sagen, was er überhaupt machen soll, wenn er diese Nachricht empfängt. Dazu wähle ich den Wenn-Ich-Empfange-Baustein aus. Wenn er nun die Nachricht, gehe nach oben empfängt, dann soll unser Alien etwas machen. Das Was werde ich nun programmieren. Ich nehme zweimal den Gleite-Baustein, denn wenn der Knopf angetippt wird, soll der Alien nach oben und dann wieder nach unten gleiten. Schauen wir uns das Programm einmal an. Siehe da, es funktioniert. Wenn ich auf den Knopf tippe, bewegt sich unser Alien. Die Objekte kommunizieren somit miteinander. Um dies zu machen, brauchst du also nichts anderes als diese beiden Bausteine. Wenn ich auf den Knopf tippe, bewegt sich unser Leben, dann soll ich auf den Knopf angetippt werden. Ich glaube, das ist ein Knopf.